Freie Wähler Landtagsfraktion. Meine Zuversicht 2021. Grüß Gott, mein Name ist Tobias Gotthard und hier im Bayerischen Landtag darf ich die Themen Europa und Bildung abdecken. Und genau in den beiden Bereichen liegt auch meine große Zuversicht für dieses Jahr. Europa, da wünsche ich mir, dass wir uns wieder grenzübergreifend begegnen können, dass Städtepartnerschaften wieder aufleben, dass die Grenzen sich öffnen, wir auch in Urlaub fahren können und Europa so wirklich erleben und auch weiter gestalten dürfen. Der zweite Punkt, eigentlich noch viel wichtiger, ist der Bereich der Bildung. Ich habe Zuversicht, dass wir wieder in einen Regelbetrieb an unseren Schulen übergehen können, dass wir unseren Kindern und Jugendlichen wieder ihre Lebenswelt schenken können. Das heißt, der Schulbereich, die Freizeit, die Jugendarbeit, all das war stark eingeschränkt in Zeiten der Corona-Pandemie. Und ich wünsche mir, dass wir so bald als möglich da wieder mit all den Sicherheitsmaßnahmen, die wir haben und einem großen Stück vernünftiger Zuversicht dorthin kommen, dass wieder Alltag für unsere Kinder und Jugendlichen herrscht und wir in den Schulen, aber auch auf den Sportplätzen, auf den Spielplätzen, in den Jugendzentren unseres Landes das Lachen der Kinder hören. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017